Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sind der neue Anfang. Schön, dass du heute da bist. Vielleicht kennst du das, du verkaufst dich ständig unter Wert oder stellst dein Licht irgendwie unter den Scheffel. Dann bist du heute hier ganz genau richtig. Ich zeige dir nämlich heute ganz konkrete Übungen, wie du dein Selbstwertgefühl stärken kannst und außerdem das Ganze dann noch etwas Selbstbewusst nach außen transportieren kannst. Und ich habe eine richtig kleine, aber feine Fastenübung der anderen Art für dich. Kannst also neugierig sein. Wir haben uns vor jetzt ganz kurzer Zeit ein altes Haus gekauft, samt Inhalt. Wir müssen komplett entrümpeln und dabei ist mir ein Buch in die Hand gefallen und ich schlage es auf und es springt mir ein Spruch entgegen, der mich echt nachhaltig beeindruckt hat. Und zwar, tust du was, dann hast du was, dann bist du was. Abgefahren, oder? Heißt so viel wie, du bist nur etwas, wenn du ganz, ganz viel hast. Wow! Das hat man tatsächlich in Bücher gedruckt und in Köpfe gedrückt. Ist doch irre. Noch viel krasser finde ich aber, dass ganz viele, von denen ich von diesem Spruch erzählt habe, alle sagten, ja, kenne ich. Hat mein Vater mir immer gesagt oder hat mein Lehrer mir immer gesagt. Das finde ich total krass. Weil das heißt ja, dass wir unseren Wert darüber bestimmt bekommen, was wir nach außen hin scheinen und unser Wert nicht von innen nach außen kommt. Deswegen ist eigentlich das Wort Selbstwert ein bisschen viel am Platz. Sollte eigentlich Fremdwert heißen, oder? Das hat mich auf jeden Fall dazu bewogen, jetzt nochmal eine Folge über das Thema Selbstwert zu machen. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, Selbstwertgefühl habe ich genug. Aber pass mal auf, vielleicht kennst du folgende Situationen. Du bist in einem Café, es sind viele neue Leute um mich drumherum, ihr fangt an zu diskutieren. Und die sind überhaupt nicht deiner Meinung. Und du sitzt da und denkst, oh scheiße, soll ich jetzt wirklich sagen, was ich denke? Soll ich wirklich meinen Senf dazu geben? Und auf der einen Seite möchtest du total gerne. Und auf der anderen Seite gibt es da so eine kleine Stimme in dir, die dich zurückhält. Die dir sagt, ach komm, du weißt es vielleicht auch gar nicht so gut. Vielleicht wollen die das auch gar nicht hören. Oder dann ist auch Unfrieden erstmal am Tisch, ist auch doof. Oder du denkst dir vielleicht sogar, ah, dann müsste ich das vielleicht doch nochmal belegen. Und ganz ehrlich, so viel Zeitung, dass ich jetzt genau die Fakten hätte, lese ich eh nicht. Die anderen sind sowieso eigentlich viel klüger und eloquenter als ich. Und damit kommst du in so eine Spirale. Und dann ärgerst du dich hinterher, weil du nicht zu dir gestanden hast. Zweites Beispiel. Dein Chef kommt zu dir und sagt, ah, kannst du dies oder jenes noch für mich erledigen? Und du denkst eigentlich, äh, nein, heute auf keinen Fall. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen und ich fühle mich auch gar nicht so gut und habe auch irgendwie keinen Bock. Und während du das denkst, hörst du dich allerdings sagen, ja, klar, kann ich machen. Ist doch scheiße. Ist doch wirklich ätzend, oder? Denn was machen wir in diesem Moment? Wir stellen unser eigenes Licht tatsächlich unter den Scheffel. Wir sagen, die Zeit von den anderen ist wertvoller. Die Arbeit von den anderen ist wertvoller. Oder die anderen sind wertvoller. Die Meinung von den anderen sind wertvoller. Das heißt, wir stellen unseren Wert unter den von den anderen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das kann auf Dauer absolut nicht gut gehen. Denn dadurch gibst du dir die ganze Zeit so richtig krass negativen Rückenwind. Und dadurch stärkst du noch so richtig schön negative Glaubenssätze. Dass wir so selten zu uns stehen können. Das alles resultiert aus einer Angst. Aus der Angst, nicht genug zu sein. Aus der Angst, nicht geliebt werden zu können. Aus der Angst vor Ablehnung und so weiter und so fort. Und genau diese Ängste, die dürfen sich auflösen. Und wie lösen die sich auf? Indem es kleine Selbstwertsteigerungsübungen gibt. Und da habe ich dir heute drei Stück von mitgebracht. Die erste, schreib dir zehn Dinge auf, die du besonders gut gemacht hast. Und damit meine ich nicht acht oder neun. Tu dir selber den Gefallen. Schreib dir wirklich zehn Dinge auf. Meine ich jetzt nicht irgendwelche Auszeichnungen oder irgendwelche Abschlüsse. Irgendwas, was du halt vorzuweisen hast. Sondern ich meine die Dinge im Alltag. Wie zum Beispiel, da habe ich meiner Nachbarin einfach mal geholfen. Da habe ich meiner Freundin mein Ohr geliehen. Ich habe ihr richtig aufmerksam zugehört. Oder zum Beispiel hier Punkt drei. Oh, ich habe ein richtig schönes Geschenk gemacht. Ich habe mir viel Mühe gegeben und habe das besorgt. Und es ist richtig toll angekommen. Oder zum Beispiel, du hast dich für irgendwas eingesetzt. Für einen neuen Job. Und du hast den Job bekommen. Oder du hast vielleicht einfach mal einer Person gesagt, dass du sie magst. Und bist über deinen Schatten gesprungen. Vielleicht sind es auch irgendwelche Sachen, die schon längst verjährt sind. Und wie, du bist damals nach der Schule ausgezogen, allein in eine Wohnung. Und du hast dich echt unwohl gefühlt. Und trotzdem hast du es total gut gemeistert. Hey, es gibt so, so viele Dinge, auf die du richtig stolz sein kannst. Auf was bist du richtig stolz, was du gemacht hast. Und ich bin gespannt und neugierig, was dir da direkt als allererstes einfällt. Wenn du magst, schreib das gerne hier unten direkt in die Kommentare mit rein. Übung Nummer zwei. Schreib dir deine Stärken auf. Du darfst auch, wenn du möchtest, deine Freunde fragen. Oder deine Familie oder deine Kollegen. Das hat den Vorteil, dass du direkt eine richtig schön warme Dusche bekommst. Weil die dir sagen werden, was sie alles an dir lieben und was sie alles an dir gut finden. Wenn du keine Lust dazu hast, überleg einfach selber, was deine Stärken sind. Drei Stück. Vielleicht bist du besonders humorvoll oder pünktlich. Oder du bist vielleicht auch besonders leidenschaftlich. Du bist sympathisch. Du bist lustig oder zielstrebig. Da gibt es so, so viele Dinge. Schreib also wirklich drei Dinge davon aus, von denen du meinst, das macht mich aus. Genau dafür mögen die Leute mich oder das ist das, was meine persönliche Stärke ist. Und wenn du diese drei Stärken aufgeschrieben hast, dann schau mal, wie das in Verbindung mit dem steht, was du tust. Denn jetzt können wir direkt auch zu dem Selbstbewussten auftreten, wie ich es halt vorher schon angekündigt habe. Du darfst dir, wenn du magst, einen Vorstellungssatz überlegen. Folgendes Szenario. Stell dir vor, du bist auf einer Party und es sind viele neue Leute und du bist eh schon so ein bisschen unsicher und möchtest eigentlich voll gerne richtig gut ankommen. Und dann fragt dich jemand, hey, wer bist denn du und was machst du? Und du sagst, ja, ich bin Tanja und ja, ich arbeite in einem Klamottengeschäft. Beispiel. Fühlt sich total unsicher und denkst, oh scheiße, jetzt habe ich gesagt, ich arbeite in einem Klamottengeschäft und der hat bestimmt studiert und irgendwie ist doch doof. Fühlt sich total unwohl. Wenn du den Satz schon vorher zurechtlegst, den du mit deinen Stärken zusammen verknüpfst, kannst du direkt viel selbstbewusster auftreten. Beispiel. Ich bin Tanja und ich arbeite in einem richtig coolen Klamottengeschäft und meine Leidenschaft ist es, den Menschen da genau das richtige passende Outfit für ihren Style rauszusuchen. Das erfüllt mich total zu sehen, dass ich die Kunden damit richtig glücklich mache. Oder nächstes Beispiel. Du könntest sagen, ich bin Katrin und bin zu Hause bei den Kindern. Oder du könntest sagen, ich bin Katrin und ich habe mir ganz bewusst eine Pause genommen, um meinen Kindern einen richtig coolen Start ins Leben zu ermöglichen. Das genießen wir zusammen und wir feiern jeden Tag die Freude und das Zusammenleben. Merkst du den Unterschied? Also wenn du magst, schreib sehr, sehr gerne mal auf, wie du dich vorstellen würdest. Und auch das kannst du sehr gerne hier runter ins Kommentarfeld schreiben. Da würde ich mich freuen. Das finde ich nämlich richtig, richtig gut. Punkt Nummer drei. Ich habe dir drei Übungen versprochen. Die dritte Übung ist, du kennst doch bestimmt diese kleinen Klebepünktchen. Diese kleinen roten Klebepünktchen, die du eigentlich überall in jedem Supermarkt kaufen kannst. Du nimmst sie dir, du ziehst sie ab und jedes Mal, wenn du sie aufklebst, denkst du dir, ich bin wertvoll. Und damit pflasterst du deine Wohnung, damit pflasterst du dein Auto, deinen Arbeitsplatz, alles, wo du irgendwie oft unterwegs bist. Und jedes Mal, wenn du das klebst, denkst du dir dabei, ich bin wertvoll. Das heißt, du machst da drei Dinge gleichzeitig. Du bist in Handlung und klebst. Du denkst dabei, ich bin wertvoll und hast den visuellen Reiz mit diesem kleinen roten Punkt. All das miteinander verbunden, programmiert dein Unterbewusstsein darauf, dass jedes Mal, wenn du diesen roten Punkt siehst, direkt einfach nur diesen roten Punkt siehst, automatisch unterbewusst, also unbewusst oder bewusst denkst, ich bin wertvoll. Damit programmierst du dein Unterbewusstsein darauf hin, dass du richtig wertvoll bist. Cool, oder? Genau, also nochmal kurz zusammengefasst, diese drei Übungen. Dann einmal die zehn Dinge, die du richtig cool gemacht hast, auf die du stolz sein kannst. Und ich bin mir sicher, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, fallen dir noch viel, viel mehr auf. Dann einmal deine drei Stärken verbunden mit deiner Vorstellung. Und die roten Klebepunkte, ich bin wertvoll. Zum Schluss möchte ich dir ganz gerne noch eine richtig schöne Fastenübung der anderen Art mitgeben. Und zwar geht es um das Kritikfasten. Wie oft passiert es, dass du durch die Straße gehst und da hat jemand vielleicht einfach eine komische Frisur und du denkst dir, oh, was ist denn das für eine Frisur? Oder was trägt die für einen komischen Hut? Oder ey, hast du die Schuhe gesehen? Und was macht das mit dir? Das zieht dir einmal ganz, ganz viel negative Energie ab, schickst du direkt damit auf die andere Person drauf, die da gar nichts mit zu kann und bewertest. Und du bewertest aber im Endeffekt nicht die Person, die da ist, sondern du bewertest immer nur selber dich. Weil alles, was wir um uns drumherum sehen, ist ein eigener Spiegel. Wir können um uns drumherum nichts bewerten, was wir nicht wirklich auch in uns selber tragen. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der sagt, oh, was ist das für ein komischer Hut, die traut sich aber so rauszugehen, bedeutet das für dich. Du würdest niemals so rausgehen. Warum würdest du niemals so rausgehen? Weil du dann das Gefühl hättest, die Leute würden dich auslachen, das macht man nicht, weil es einfach mit deinem Wertesystem einfach was zu tun hat. Deswegen, wenn du jetzt mal eine ganze Woche versuchst, diese Kritik ganz bewusst zu vermeiden und da mal richtig drauf zu achten, wann und wie oft du tatsächlich in diese Kritikfallereien huschst, indem du andere Menschen einfach abstempelst, dann erinnere dich daran, dass das im Endeffekt alles Kritik ist, was du auch gegen dich selber richtest. Wenn du dir das bewusst machst und aufhörst, da in diese Kritikspirale mit reinzukommen, befreit dich das total, weil dein Mindset oder deine Gedanken wieder viel, viel freier, viel, viel frischer, viel, viel positiver sind. Und falls du dich dabei erwischen solltest, einen solchen Gedanken zu denken, dann kannst du dir sagen, wow, die hat echt einen scheiß Hut auf. Aber hey, ist total egal. Wenn sie den Hut gerne tragen möchte, dann freue ich mich mit ihr. Und es ist ja vielleicht für mich auch ganz schön, dass ich jetzt dieses skurrile Bild irgendwie heute vor mir hatte. Also Kritikfasten eine Woche lang ist richtig, richtig machtvoll. Ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich total, wenn ihr es abonniert, wenn ihr es teilt, wenn ihr es weiterleitet. Und nicht vergessen, es ist genau jetzt an der Zeit, dass wir uns erheben und uns zu dem bekennen, was wir sind. Und wir sind der neue Anfang.